Die Deutschen schaffen sich ein Wirtschaftswunder, Wachstum und Wohlstand durch Arbeiten. In wenigen Jahrzehnten steigt der Lebensstandard auf ein hohes Niveau. Menschen, die Lebensqualität schaffen, die mit ihrer Arbeit den Lebensstandard sichern, den wir uns leisten wollen. Ein Lebensstandard, den diese Arbeitskräfte sich kaum leisten können. Vorbereitung der Love Parade. Berlin, die Erlebnisstadt. Events und Tourismus schaffen neue Arbeitsplätze. Jeder fünfte Berliner Beschäftigte arbeitet im Niedriglohnbereich. Sie haben die erste Hürde geschafft. Diese Jugendlichen haben einen Ausbildungsplatz bei Volkswagen bekommen. Die zukünftigen Industriemechaniker sind stolz. Sie sind ehrgeizig und sie haben konkrete Vorstellungen von ihrer Karriere. Also ich will auf keinen Fall, dass es in meinem beruflichen Leben halt langweilig wird. Ich habe auch vor, mich weiterzubilden. Ich weiß halt nur noch nicht genau was. Ich strebe halt an Meister oder Techniker. Die Getriebemontage bei Volkswagen Kassel. Hier können Träume enden. 90% der Auszubildenden werden in der direkten Fertigung arbeiten. Nicht weniger am Montagebad. Weniger attraktiv, das wäre die Bandarbeit. Weil man ist ja nur diese Routine drin, man macht immer dasselbe. Was ich gut finden würde, wäre zum Beispiel Instandhaltung. Da hat man jeden Tag was anderes. Immer, na gut, neue Sachen gehen kaputt, sage ich jetzt mal. Und es ist immer eine neue Situation da. Das wäre interessanter, denke ich mal. Schüler und Schülerinnen einer Berliner Realschule. Viele der Zehntklässler haben sich für einen Ausbildungsplatz beworben. Auch als Industriemechaniker. Nur wenige waren erfolgreich. Also ich habe mich halt bei den großen Firmen beworben. So bei Daimler, BMW, Gillette und so. Ich habe halt eine Bewerbung hingeschrieben. Dann kam halt eine Antwort zurück. Also alles per Mail. So eine Online-Bewerbung. Dann ging ich da halt hin zum Einstellungstest. Und das habe ich dann halt auch alles absolviert. Aber dann kam halt die Antwort her. Herr Jobgar, Sie haben es leider nicht geschafft, in eine nähere Auswahl zu kommen. Eine moderne Zwei-Komponenten-Spritzgussmaschine. Modernste Technik in der Kunststoffindustrie. Technik, die qualifizierte Fachkräfte braucht. Doch viele Arbeitsplätze bleiben unbesetzt. Es fehlen tausende von Verfahrens- und Werkzeugmechanikern. Fachkräftemangel in der Kunststoffindustrie. Qualifizierte Fachkräfte am Montageband. Jugendliche ohne Ausbildungsplätze. Was ist schiefgelaufen in unserem Bildungs- und Beschäftigungssystem? Die Diskussion, die im Moment geführt wird in der Automobilindustrie, ist, welche berufliche Erstausbildung soll dort eingesetzt werden. Oder braucht man als Voraussetzung? Ausbildung von Fachkräften für die Kunststoffindustrie. Auf den ersten Blick sind kaum zu unterscheiden. Die zukünftigen Werkzeugmechaniker und die Anlagenführer in der zweijährigen Ausbildung. Da wir ja nun, wissen Sie, auch viel in den Unternehmen sind, ist uns das aufgefallen. Dass sich praktisch die qualifizierten Facharbeiter teilweise um Tätigkeiten kümmern müssen, die auch jemand anders könnte. Geringer Qualifizierte. Fassgenaue Qualifizierung für qualifizierte Routinearbeit. Für Montagearbeiter, die einfache manuelle Tätigkeiten ausführen und die gleichzeitig die Qualität prüfen und nach Kennziffern arbeiten. Montagearbeiter, die in Gruppensitzungen Probleme nennen und Lösungen entwickeln. Und die Fragen, die wir uns natürlich stellen, sind eigentlich unsere Mitarbeiter für diese Tätigkeiten, für diese Ambivalenz in den Tätigkeiten eigentlich hinreichend vorbereitet. Die Qualifizierung für den Service im Hotel. Wenige Stunden und die Mitarbeiter von Nightshift sind fit für den Job. Die Zeitarbeitsfirma setzt vor allem auf Studenten. Sie sind flexibel und kompetent, beherrschen Englisch und den Computer. Ein Trend, der nicht aufzuhalten ist. Kompetenz ist gefragt in den einfachen Arbeiten. Es ist ihr erster Tag. Ein Jahr werden die Jugendlichen bei der Berliner Stadtreinigung lernen und arbeiten. Kompetenzen entwickeln für eine saubere Stadt. Also ich finde es eine gute Sache, weil man den Schülern eine Chance gibt, überhaupt nochmal ein Berufsleben reinzufinden und auf dem ersten Markt überhaupt berufstätig zu werden. Die ersten Einsätze auf der Straße. Ohne das Berliner Modellprojekt wären die Hauptschüler nicht hier. Ein Netzwerk von Schulen, Unternehmen und sozialpädagogischer Betreuung qualifiziert junge Menschen für einfache Arbeit. Ein Jahr, da muss man sich richtig Gas geben in den einen Jahr und zeigen, was man drauf hat. Und dann muss man, wenn das ein Jahr fertig ist, gucken gehen, ob du gut genug für das Wissen, nur die Besten gegen den Vertrag. Man ist ja dann drinnen hier. Man ist ja noch fest angestellt. Hinter diesen Bürofenstern arbeitet Dirk Johl an einem anderen Projekt. Bringt Arbeitslose in die Saisonarbeit. 190 waren es für die Spargelernte. Ihr arbeitet jetzt von um 5 bis um 2? Heute bis um 2. Ja, das ist jetzt blöd, aber wie gesagt, die paar Tage müssen wir jetzt immer beißen und überstehen. Und dann flauen wir dann, denke ich mal, besser. Die Mittelmark am Rande von Berlin. Hier hat die mittelmärkische Arbeitsgemeinschaft ihren Sitz. Von hier geht die Initiative aus. Die Integration in Arbeit mit dem Projekt Agrotime. Also aus diesem Pool von 400 Leuten sind mit Stand der Dinge heute sind jetzt bis jetzt 192 Leute, also 50 Prozent, in Arbeit vermittelt. Aus der Spargelernte wurden erstmal in geringer Teil für Nachfolgearbeiteten weiter vermittelt. Wir fangen jetzt an, nochmal in Gewächshäusern Erdbeeren zu pflanzen. Wir fangen an, im Lager- und Logistikbereich die Ware vorzubereiten. Wir fangen jetzt an, verpacken, Pflaumen zu verpacken, Pflaumen auch zu entsteinen für Bäckereien, für Pflaumenkuchen, weil das auch leider nicht maschiner geht. Also wirklich sehr, sehr viel einfacher arbeiten. Die Heidelbeernte steht vor der Tür, die Apfelernte steht vor der Tür. Und die Arbeitskräfte werden dann jeweils bei den einzelnen Unternehmen sozialversicherungspflichtig angestellt. Was natürlich auch wieder ein sehr, sehr großer Aufwand für die Unternehmen bedeutet. Wo ich aber, oder wir auch in dem Projekt da, sehr, sehr viel Hilfestellung leisten und versuchen, die Unternehmen dort auch zu entlasten. Also als Dreiecksglied zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arbeitsagentur, dass wir halt in der Mitte als Mittler arbeiten und dort so viel wie möglich Arbeit diesen drei Parteien abnehmen. Intelligentes Beschäftigungsmanagement schafft Arbeit, auch einfache Arbeit. Doch kann man von der Arbeit leben? Zu dem Tariflohn von 3,83 Euro in Brandenburg kommen die Zuschüsse von der Agentur. Doch die Frage bleibt, was kommt nach der Saison? Doch die Frage bleibt, was kommt nach der Saison?